Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Alle meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. Ein Crymex OG. Ihr wisst nur Schein. Hey und Leute, die Crymex hier. Was geht denn? Ich bin Paul Berger. Wir sind wieder unterwegs in Los Santos. Hier in unserer fetten Villa, Leute. Hier ist unser Gaming-Equipment. Hier ein bisschen Training und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Fette Multimillionen-Dollar-Villa. Da ist unser Garten. Die ist das. Aber... Hä? Warte mal, was war das da? Hä? Was war das da gerade in meinem Garten? Äh... Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Warte mal, ich geh mal runter. Ich hab nur irgendeinen riesen Kopf gesehen. Das war doch hier gerade bei unserem Pool gewesen. Ich geh mal kurz raus. Hä? Hey, war doch gerade was in meinem Garten. Ey, warte mal, vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einge... Hä? Was? Hallo? Hallo? Digga, was war das da gerade für ein Wesen? Habt ihr das gesehen? Okay, ich weiß nicht etwa, ob ich irgendwie... Ob ich irgendwie verrückt geworden bin oder so? Ich hab gerade irgendwie ein bisschen Angst. Irgendwie ein bisschen Angst hier. Ah! 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 Hallo? Hallo? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Was ist das? Hallo, wer bist du? Komm raus! Hi, 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 hi. Schönes Auto. Geh weg von meinem Auto. Wer bist du? Und was willst du von mir? Max! Woher kennst du meinen Namen? Ich weiß, wer du bist. Du hast meinem Freund wehgetan. Wer ist dein Freund? Du kennst ihn S. S? S? Der Clown oder was? Ja! Komm raus und zeig dich. Du kannst direkt mal eine Kugel einfangen. Dein Auto ist schön, Max. Oh. Hey! Geh weg von meinem Auto. Wo bist du? Max! Komm ins Wohnzimmer. Wo bist du? Und wie heißt du? Oh, Max hinter dir. Hey! Ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Komm her. Komm her. Du denkst, ich hab Angst vor dir, hör. Dein Freund. Dein Daten gehört mir. Dein Haus hol ich mir noch. Ja, mein Haus, Alter. Ist mir doch egal. Ich bin Multimillionär. Ich kauf mir das jede Woche neu. Ist mir doch egal. Lass uns spielen. Ja, das hat dein Freund S. Der Clown auch gesagt, bevor ich den abgefackelt hab. Komm noch her. Trau dich doch. Ich bin hier. Schönes Feuer. Der ist ja komplett durchgedreht. Wie ist dein Name? Mir ist das hier zu krank. Mir ist das hier zu krank. Dein Name ist Momo. Max! Man kann ihn gar nicht töten, ey. Ey, Momo. Du kannst mir nicht wehtun. Ich hau ab hier. Ich hau ab. Ich hau ab. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Ich hau ab. Tschüss. Du willst dich abhauen, Fan. Wie? Natürlich kann ich abhauen. Dein Lamborghini bringt ja nichts. Alter, ey. Der ist ja komplett krank. Lass mich in Ruhe. Alter, der ist ja übelst schnell. Was willst du von mir? Lass uns Freunde sein. Ich will nicht mit dir Freunde sein. Was willst du von mir? Lass mich spielen. Okay, okay, komm. Komm, was willst du von mir? Was willst du? Bleib weg. Ich will, dass du dich entschuldigst. Und dein YouTube löscht. Der hat Zehner, dass ich meinen YouTube lösche. Verpiss dich mal von mir. Okay, dann muss ich sein Auto zerstören. Lass mein Lambo in Ruhe. Verpiss dich von mir, Momo. Gib mir deinen Lambo. Der ist ja komplett gestört, dieser Momo, Alter. Oh Gott. Ey, Leute, wie können wir den aufhalten? Ich weiß noch, diesen S-Clone konnten wir damals in der Kanalisation. Wie konnten wir den aufhalten? Ey, Leute, wir müssen wissen, was die Schwäche von diesem Momo ist. Wie können wir den stoppen? Weiß jemand von euch, wie man den stoppen kann? Ich glaube, wir müssen auch dahin, wo alles begonnen hat, in die Kanalisation. Max, wir müssen doch Freunde sein. Die Sonne scheint so schön. Verpiss dich von mir, Momo. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Die Sonne scheint. Lass uns spielen. Ich werde dich aufhalten. Du kommst mir nicht, Max. Ey, nein, ey, Mann. Ich kann den Lambo nicht fahren. Ich bin zu lost. Er verfolgt mich hier immer wieder. Er ist komplett gestört. Ey, Leute, wir müssen unbedingt hier in diese Kanalisation reingehen. Der Kranke, Alter. Ich glaube, wir haben den fürs Erste abgeschüttelt, diesen Momo. Oder sie, er, sie, es. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Habt ihr eine Idee, wie wir den aufhalten können? Ich glaube wirklich, wir müssen dahin, wo alles begonnen hat. Wir müssen in die Kanalisation gehen, da, wo wir es auch gestoppt haben. Ich werde jetzt als allererstes mal hinfahren. Wir müssen diesen Momo aufhalten, sonst wird er immer wieder kommen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, bei diesem S war es so, dass man um drei Uhr nachts in der Kanalisation ihn verbrennen musste. Durch normale Schüsse konnte man ihn nicht killen. Vielleicht funktioniert es auch so bei Momo. Okay, meine Freunde. Irgendwo hier muss das sein. War das hier dieser Höhleneingang? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, das war, das war, glaube ich, nicht die richtige. Nee, das ist hier nicht die Kanalisation. Ey, wo war das denn nochmal? Ich kenne mich hier nicht mehr so krass aus. Ich war hier so lange nicht mehr. Aber ihr wisst, wo ich meine. Bei S musste ich immer nur diese Leichenteile, den Leichenteilen nachlaufen. Aber ich glaube, Momo versteckt sich besser. Es sind ein paar Obdachlose. Ey, SU, habt ihr Momo gesehen? Nein, okay, ich glaube nicht. Hier war das auch nicht. Dann muss das irgendwie weiter vorne gewesen sein. Ah, ey, Leute, hier ist es. Hier ist das. Ich habe es gefunden. Das war diese verlassene Kanalisation, wo wir S aufgehalten haben. Ey, ich habe auch echt ein bisschen Schiss, hier reinzugehen. Hier ist niemand. Keine Menschenseele hier. Alter. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier rein in die Höhle. Ich sage euch, wie es ist, ne? Ich habe echt Schiss, hier wieder reinzulaufen. Aber wir müssen das durchziehen, um Momo zu stoppen. Habt ihr das gerade gehört? Irgendjemand hat hier gerade... Hilf mir gesagt. Max. Hallo? Oh mein Gott, ist das gruselig hier in dieser dunklen, verlassenen Höhle. Max, komm rein spielen. Momo. Alter. Oh mein Gott. Hier liegen Leichenteile. Ey, Leute, es wiederholt sich wieder. Ist wie damals bei S, dem Clown. Hey, guck mal, wer da zu spielen ist. Hä? Ist S auch wieder da? Oh mein Gott. Momo, komm her und zeig dich. Das Spiel ist vorbei. Max. Ey, ich habe so Schiss, Leute, dass der hier gleich irgendwo steht. Mit der irgendeiner Tür. Okay. Langsam, langsam. Wir gehen langsam weiter. Wir müssen ihn aufhalten. Vor allem, Leute. Oh, ich muss Molotow-Cocktails bereithalten. Man kann ihn nur verbrennen. Okay. Bis jetzt noch alles ruhig. Max. Leute, hört ihr das? Der schreit hier die ganze Zeit, der Verrückte. Warte mal, hier sind Ratten. Ah! Ah! Da ist er wieder. Hey, hier sind Ratten. Da vorne ist er, Leute. Da vorne ist er. Komm her. Wir werden uns ihn jetzt schnappen. Das war das letzte Mal, dass du Unschuldige umgebracht hast. Das ist eine Kugel zu, mir nicht weh. Komm her. Äh, was? Feuer. Feuer! Ja, vor Feuer hat der Angst, der Idiot. Komm her. Jetzt jagen wir ihn. Jetzt jagen wir ihn. Jetzt ist vorbei, Momo. Jetzt ist aus. Das Spiel ist vorbei. Komm hinterher, hinterher. Vielleicht können wir ihn auch tasern, Leute. Ich werde dich essen, Max. Nein, das funktioniert nicht, nein. Oh mein Gott, Feuer, ich brauche Feuer. Geh weg von mir. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Komm wir spielen. Ich werde ihn einsperren mit Feuer. Da kommst du nicht raus. Mach das Feuer weg. Da kommst du nicht raus. Hahaha. Hahaha. Leute, jetzt, jetzt, jetzt. Werben ihn, werben ihn. Ist es vorbei? Nein. Ich glaube, wir haben ihn aufgehalten, oder? Ist es vorbei? Hallo? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben Momo aufgehalten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Es muss, es ist beendet, oder? Das war gerade so, so unspektakulär. Ich dachte, da kommt noch was. Das war aber irgendwie schon fast zu leicht, Leute. Ey, warte mal. Hier sind schon wieder Mäuse, die weglaufen. Es ist vielleicht doch noch nicht vorbei. Hallo? Oh Gott. Ich habe gerade echt Angst, dass der auf einmal wieder auftaucht hier. Wir müssen den Ratten nachlaufen. Das hat auch damals bei S funktioniert. Zeigt mir den Weg. Wir müssen ihn aufhalten. Los. Okay, die kann, die ist zunächst zu gebrauchen. Alter, ey, Leute. Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben Momo aufgehalten. Aber, ey, aber ich finde die ja nicht aus. Es war, es war irgendwie fast schon zu leicht. Mit S hatten wir mehr Schwierigkeiten. Ganz komisch. Oha, Leute. Schaut euch mal das Wetter an. Richtiges Gewitter hier. Egal. Ich würde sagen, wir fahren erst mal nach Hause. Es muss ja vorbei sein. Der ist ja gestorben vor uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie das Ganze überlebt haben kann. So, erstmal wieder in unsere schöne Villa. Und dann erstmal schönen Feierabend, Leute. Haben wir wieder Momo, den alten Idiot, aufgehalten. Sehr gut. Zack. Auch mein Anwesen drauf war mit dem schönen Lambo. Oh, das Wetter ist sehr komisch. Macht mir ein bisschen... Macht mir... Ist irgendwie ein bisschen unheimlich, dass jetzt kurz nach dem Tod von Momo, dass so ein Wetter ist. Erscheint mir sehr, sehr komisch. Ich sollte am besten hier erstmal checken, dass wirklich auch alles abgeschlossen ist. Hallo? Ist jemand zu Hause? Okay, gut. Ist niemand hier. Halb so wild. Ich geh mal hoch. Hä? Warum habt ihr das gerade gehört? Jetzt hatte ich so angehört, als wäre hier eine Scheibe eingeworfen worden. Wäre hier eine Scheibe bei mir kaputt gegangen. Ey! Hä? Ey, nein. Nein, ist doch... Wo bist du und wie hast du das überlebt? Wie kann man dich aufhalten? Was willst du? Sag erstmal Tschüss zu deinem Lamborghini. Nein, lass meinen Lambo in... Ey! Nein. Nein. Ey, lass meinen Lambo in Ruhe. Ey, nein. Hör auf. Nein, lass meinen Lambo, Junge. Auf Wolken top kommt, jetzt drauf zu werfen. So, ich mach gleich rum. Nein, 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 nein. Ey! Alter, ey. So ein gestörter... Oh mein Gott! Ey, der hat... Der hat meinen Lambo zerstört. Mein schöner Lambo, Leute. Wo bist du? Zeig dich! Ich spiel nicht mit dir, ist mir egal. Ich schließe dir alles ab, dann kommst du hier nicht rein. Ey, da ist er! Da ist er! Oh mein Gott, ey, der jagt mein ganzes Haus in die Luft. Ach du Scheiße, ey, der macht hier alle Scheiben kaputt. Der macht hier... Ey, Leute, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Scheiße, Alter. Ey, das ist ja ein ganz kranker, dieser Lambo, den können wir nicht aufhalten. Ey, ich hab Angst. Wie komm ich hier weg? Mein Auto ist zerstört, ich muss mir schnell ein anderes Auto holen. Ey, guck mal, wie zerstört mein Haus schon ist. Der jagt mein ganzes Haus in die Luft, der Verrückte. Wum! Ey! Polizei, Polizei, ich brauche Hilfe! Feuerwehr, Feuerwehr, mein Haus brennt, Hilfe, da ist ein Verrückter! Die Feuerwehr ist aufweg! Oh mein Gott! Warte, ich muss Feuer, nur vor Feuer, nur vor Feuer hat der Angst. Hier! Hau ab, Jomo! Nein, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Der ist ja stärker als davor. Ey, Leute, ich werde abhauen. Ich werde abhauen, ich werde abhauen, ich werde abhauen. Lass mich zu krank mit dem. Lass mich zu krank. Frischfleisch. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich brauche eure Hilfe in den Kommentaren. Wie können wir Momo aufhalten? Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, was sollen wir machen? Das Feuer hat nichts gebracht, der ist gefühlt nur noch stärker geworden. Schreibt es mir in die Kommentare, was wir machen sollen in der nächsten Episode. Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.